hallo und herzlich willkommen zur stromgarage ich bin christian und ich möchte euch heute mal was über ladegeschwindigkeiten von e-autos erzählen und dazu brauchen wir aber zunächst mal ein paar grundlagen elektrische spannung wird in volt angegeben und ist ein maß dafür wie der unterschied der menge an elektronen von einem pol zum anderen sind also hier als beispiel habe ich mal so eine kleine lithium zelle mitgebracht und diese spannung die da anlegt die kann man auch messen das ist ein einfaches multimeter und da kann man jetzt an dieser zelle pluspol und am minuspol jeweils die messelektroden anlegen und sieht dann dass die zelle eine spannung von 4,175 volt hat mit 4,2 sind sie voll also die ist mehr oder weniger voll geladen der strom fließt erst wenn man einen stromkreis geschlossen hat also hier habe ich meine spannungsquelle und wenn ich die jetzt hier pol richtig an diese batterie anschließe ich habe hier eine kleine led mitgebracht in dem stromkreis ist noch ein widerstand dass die led nicht zu viel strom abkriegt beziehungsweise dass nicht zu viel strom fließt so wie ihr seht wenn ich den stromkreis jetzt schließe leuchtet die led so der strom oder die stromstärke wird in ampere angegeben auch das kann man wieder messen da muss ich mal kurz hier mein messgerät wieder dran hängen mir fehlt eine hand so jetzt also der stromkreis ist geschlossen ihr seht die led leuchtet wieder und jetzt sieht man hier auf dem messgerät es sind ungefähr sagen wir mal 290 milliampere also tausendstel ampere beziehungsweise ungefähr 0,3 ampere die in diesem stromkreis fließen und es gibt im prinzip an wie viele elektronen im kreis fließen vom minuspol der stromquelle zum pluspol der stromquelle elektrische leistung wird in watt angegeben und ist im prinzip das produkt aus volt und ampere also aus spannung und strom in diesem stromkreis haben wir gerade gemessen die spannung ist 4,2 volt an der batterie und durch den stromkreis fließen irgendwas um die 0,3 ampere wenn man das jetzt miteinander multipliziert kommt man auf kurz über 1 watt ungefähr 1,2 watt und das ist quasi die leistung die hier über die led und über den widerstand abgegeben wird also in form von licht und wärme so andere geräte haben wiederum andere leistungen also ein watt das ist jetzt im verhältnis relativ wenig ich habe mal so ein fön mitgebracht das ist jetzt kein besonders großer aber der hat also steht auch jeweils drauf eine leistung von 1200 watt natürlich auf höchster stufe der läuft mit 230 volt ganz normal an der steckdose so und jetzt zum beispiel so ein solarpanel also die großen neuen die so zwei mal einen meter sind die erzeugen ungefähr eine leistung von 350 watt einfach dass man da mal so ein bisschen so ein gefühl für die elektrische leistung bekommt elektrische energie wird in wattstunden oder kilowattstunden angegeben und ist im prinzip dann das produkt aus der elektrischen leistung und der zeit das heißt wenn ich jetzt diesen fön hier der ja eine elektrische leistung von 1200 watt hat also 1,2 kilowatt wenn ich den jetzt eine stunde laufen lasse habe ich 1,2 kilowattstunden verbraucht was man auch angeben kann ist quasi die elektrische energie die in so einer lithium zelle gespeichert ist das sind bei diesen 18 650er zellen ungefähr zehn wattstunden das heißt ich könnte diesen stromkreis der ja ungefähr auf einem watt läuft für zehn stunden betreiben mit dieser batterie also zunächst mal möchte ich den wechselstrom erklären oder ac also das ist eine abkürzung in englisch heißt alternating current das beschreibt im prinzip diese sinuswelle in der die spannung auf dem auf der phase von von plus also bei unserer haushaltssteckdose von plus 325 volt auf minus 325 volt schwingt insgesamt also weil das ja zwischendurch mal auch auf null ist und nur im peak quasi auf diesen 325 ergibt es dann eine effektiv spannung die wir alle kennen von 230 volt das ist auch das was im prinzip auf diesen ganzen geräten immer mit angegeben ist also das hier ist ein fön für wechselstrom kann man immer daran erkennen wenn unten so ein schuko stecker dran ist dann ist es ein wechselstrom gerät das ganze gibt es dann auch noch dreiphasig das ist dann für die wallboxen halt interessant da ist dann eben nicht nur ein leiter der auf der diese welle läuft sondern es sind drei und diese welle läuft auf denen nicht gleich sondern jeweils um 120 grad versetzt also ihr müsst euch das vorstellen ist so eine sinuswelle so und die zweite fängt dann meinetwegen dort an und die dritte dort und dann ist es halt so ein gleichmäßiges wellenmuster und dadurch kriegt man dann eine effektiv spannung von 400 volt hin rein rechnerisch und eben einfach über also man kriegt einfach mehr leistung dann dadurch übertragen kommen wir nun zum gleichstrom oder dc heißt direct current und das ist im prinzip bei allen batterien und akkus vorhanden da hat man immer einen plus und einen minus pol und wenn man jetzt den stromkreis schließt fließt eben der strom physikalisch gesehen vom minus pol zum plus pol und dann Vielen Dank.